So, das sind die beiden Produkte. Einmal hier so ein kleiner Ständer für ein Handy. So, der ist praktikabel, der ist aber nicht hübsch. Das muss man klar sagen. Der ist gemacht aus günstigen Kunststoffen. So eine Gummieinlage ist hier drin, die steckt man da einfach rein. Kann man quer hinlegen, kann man hochkant reinpacken. Absolut praktikabel für die Werkstatt, was weiß ich. Hübsch, so im Wohnzimmer ist er halt nicht. Aber meckern kann man da nicht. Ist aber auch nur so ein Beiprodukt, würde ich mal sagen. Das Hauptprodukt ist dieses hier. Ist halt auch aus Kunststoff, muss man wissen. Das ist glaube ich hier. Ne, das ist auch Kunststoff, oder? Ne, die paar Arme sind hier aus Aluminium. Der Rest ist aber aus Kunststoff. Also kann man hier einstellen von der Höhe, wie man das so kennt. Relativ flach, das ist das flacheste, bis zu so steil. Zack, Tablet drauf, oder Computer, was auch immer. Funktioniert alles. Hier hat man Platz für auch dicke Geräte. Ist kein Problem. Man kann ihn dann auch auseinanderziehen, damit das ein bisschen stabiler ist, das Ganze, wenn man ein breiteres Gerät hat. Da passt also jeder Laptop drauf, jedes Tablet. Ein Handy sieht da ein bisschen verloren drauf aus. Geht natürlich auch zur Not. Aber ja, das ist verloren halt. Der ist auch super praktikabel, aber auch nicht super hübsch. Was mich ein bisschen stört ist, hier ist diese Gummiauflage, die ist jetzt hier, die hat so eine kleine Welle. Ja, die kann ich randrücken. Die Luft kann ich wegmachen. Aber, ja, sollte halt so nicht kommen, kriege ich die ganz weg. Weiß ich nicht. Gucke ich mal in Ruhe. Stört jetzt auch nicht weiter, ist aber halt nicht das, was man erwartet. Ähm, genau. Jo. Vernünftig, robust, funktional, ähm, aber halt kein Hingucker. Da gibt es andere Sachen aus Aluminium mit schöner Oberfläche, etc. Aber meckern kann man da nicht. Und das weiß man eigentlich auch vorher, was man da kauft. Von daher, passt das schon.